Endlich Abracadabra. Vergiss es. Hexbolt! Das ist nicht gut. Nein. Oh. Ah, hat mich doch erwischt. Abracadabra! Hexbolt! Sorcerybeams! Oh nein. Sorcerybeams! Nein. Hör doch mal auf mit dem Scheiß. Nein. Boah. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Trifft sie doch noch. Gott, wo ist es? Ha. Damit hast du nicht gerecht. Sorcerybeams! Die mit ihren Scheiß. Sorcerybeams! Kannst du mal aufhören damit? Hexbolt! Das tut doch weh. Abracadabra! Hexbolt! 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 Nein! 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 Sorcerybeams! Oh! Hey, ich bin das. Oh! O, ich bin das. Oh, hier... Und ich bin... bei uns zu, denn ich bin. Um, ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Ah! Oh, ich bin das! Sorcery Beams Abracadabra Supernova Come to me Runeward Teleport Sorcery Beams Ah Hexbolt Ne Erdbeeren, Erdbeeren Nein, 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 nix mit Abracadabra Ah Ja, verdammt Nein, ich will kein Hase sein, lasst mich gehen, lasst mich gehen Sollte wie die ihre Freunde hier Oh Ha Erledigt Na gut, Adamantium wird's wohl nicht mehr werden, aber Herrlich Wir haben's geschafft Und diese Fahrstuhlmucke dazu Überlebensbonus, Baby Gold Es hat doch noch gereicht zu Adamantium, wow Acht neue Tickets 40 Silver, Baby Und reichlich Erfahrungspunkte Sehr schön Oh, Firestar Zeig mal Da fehlt dir gar nicht mehr viel Da fehlt dir nicht mehr viel Ja Ein bisschen komisch laufen tun die trotzdem, ne? Hm Naja, oh So Ähm Was machen wir jetzt Wir könnten natürlich durchaus mal Das Kartenspiel versuchen Wenn das jetzt nicht gleich in den neuen Bildschirm geladen wird Das Problem hatte ich nämlich beim Beim Arcade Spiel Das sind Minigames Und da werde ich aus dem Spiel hier rausgeschmissen Und das wird natürlich zur Folge haben, dass die Aufnahme Tja, stehen bleibt Das zeige ich euch vielleicht mal mit einer extra Aufnahme Ähm Ja, Moment Also ich würde ja sagen Da ja nicht mehr allzu viel fehlt Und ich noch keinen Charakter auf Level 4 habe Miss Mark Feierstar Ist hier am weitesten Okay Was habt ihr gesehen? Ähm Ich spiele alleine Das haben wir gesehen Das hier habt ihr noch nicht gesehen Modoc Okay, ich habe zwar keine großen Hoffnungen, aber Testen wir das Nachdem ich gehustet habe Okay, probieren wir das mal aus Mal schauen Mal schauen Modoc hat eine Menge roten Dinge in Superhero City Aber diese Zeit hat er zu weit gegangen Er hat eine Art von AIM-Technologien Wir müssen alle Augen groß machen Wir müssen ihn aufhören und er bezahlen Für diese große Augen Ja, ich erinnere mich Ähm Die haben da irgendwie so eine Kanone Irgendwie Die meinen Kopf groß macht Nicht schön, aber selten So, die Kiste nehm ich mal Weil das da ist für ein Gegner, der da liegt Da ist dieses komische Kanone Ach hier, die kleinen Mistfächer hier Okay, legen wir mal los Was macht die denn hier? Vorher hat sie besser gekämpft, muss ich mal sagen Was lebt der noch? Oh, ihr seht, ich hab einen ziemlich großen Kopf Aber, naja Ich bin ja auch mega intelligent Da braucht man so einen großen Kopf Hier gibt's mal eine Banane Uh, den kann ich leider nicht umhauen Oh, das ist halt so wild Was, die kleinen Viecher schon wieder hier, ja? Meine Fresse So So Und der nächste bitte Huuu Ich hab einen großen Schädel, Leute Supernova Na, die hat ja gar nichts gebracht Die Supernova Okay, schnappen wir uns schon mal die Banane Und weiter geht's Da drinnen gibt's noch eine nette Erdbeere Und noch eine Banane Damit sollten wir uns voll ins Gesundsein Und dann, hopp, rein mit dir Hallöchen Halb für Arme Oh Banana Oh, wollen wir noch das Fass hier mal mitnehmen Hallo Fass kommt Schwule Kiste Zack Bio Das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt Aber egal Boah Hier gibt's das ganz leckeres Hoffe ich mal Genau Alle möglichen Konis Und Feuer Und ab ins Loch mit dir Oh 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 Bis zum nächsten Mal.